Die Exoterra Steinmotivrückwand ist ein außergewöhnlich naturgetreuer Hintergrund. Er ist sowohl für tropische als auch für Wüstenterrarien und insbesondere für kletternde Reptilien geeignet. Das leichte Zuschneiden der Steinmotivrückwand ermöglicht die Schaffung einer multidimensionalen, harmonischen Behausung. Das Material der Rückwand besteht aus schwarzem Polystyrol. Dies hat den Vorteil, dass versehentliche Beschädigungen oder Einrisse nicht so leicht sichtbar sind. Zudem dient das Material als hervorragende Isolierung. Zwei tiefe Kanäle auf der Rückseite ermöglichen es mehrere Schläuche und Kabel gut und sicher zu verstecken. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.exo-terra.com Premium-Service für Ihre Hagenprodukte bekommen Sie unter www.hagenservice.de Eine einzigartige Plattform mit besonderem Service für Ersatzteile bei Garantiefällen oder Reparaturen und vielen anderen Leistungen.